Nein, das tut so weh. Schlag mich nicht, vergewaltige mich nicht, hör auf mich zu mobben, zu stalken, schick mich nicht auf den Strich. Bitte, bitte, bitte. Ja, da können viele Frauen auf dieser Welt bitten und betteln, wie sie wollen. Sie werden nicht gehört. Und das muss ein Ende haben. Heute ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Ich habe mir deshalb auch den Hut aufgesetzt, der ist orangefarben und wer will, geht raus in die Öffentlichkeit, hat irgendetwas orangefarbenes und setzt damit ein Zeichen gegen die Gewalt an Frauen. Ich halte hier eine Nummer in den Händen 0800 116 016. Liebe Frauen, wenn ihr Opfer seid, wenn ihr euch hilflos fühlt, wenn ihr jeden Morgen aufwacht mit dem Gedanken, nicht schon wieder, der wird mich heute wieder verhauen bis zum geht nicht mehr oder ich kann heute nicht schon wieder 20 Kerle über mich drüber rutschen lassen. Ich halte es nicht mehr aus. Sucht euch Hilfe, wendet euch an das Hilfetelefon. Das gilt natürlich auch für Menschen, die mitbekommen, wenn andere leiden. Hört auf zu schweigen, brecht euer Schweigen, redet, sagt, was Sache ist und vor allem kommt raus aus der Ecke, in die man euch gedrängt hat. So wie ich jetzt. Ich gehe einen Schritt nach vorn und ich kann dann viel besser meinen Mund aufmachen und sagen, was Sache ist. Macht ihr das auch?